So Leute, Herzlich Willkommen zu einem Part von Locky Clemens im Böckling Park bei der Nacht mit einem wunderschönen Sternenhimmel. Wir müssen noch ein Level machen, dann haben wir wieder eine Aufgabe erfüllt. Dann müssen wir noch ganz, ganz viele Spiele gewinnen. Elf an der Zahl. Und damit werden wir jetzt vollster Spieler werden. Stacheln sind kacke mit Stacheln. Stacheln kann nicht so richtig umgehen. Stacheln einfach, ich bin einfach dumm den Ball zu treffen. Ist es ja, ich bin dumm den Ball zu treffen. Ach komm, nein! Sie sind viel besser wie wir. Das Blaue Team ist eindeutig besser und zwar bei Weitem. Bei Weitem sind sie besser. Guckt mal wie gut die sind. Ja, der ist drin. Nicht mal, das war ja... Jawohl! Oh, endlich! Ausgleich gemacht! Bis jetzt sind wir erst vor der Spieler. Das ist gut. Bis jetzt aber der Elter hat sich dann hart auf den... Ja gut, ich spiele aber weiter. Wir müssen noch ein Level steigen. Und... Ja. Wir müssen noch ein Level steigen. Wir müssen noch ein Level steigen. Okay. Alle, habt ihr es gesehen? Habt ihr das gesehen? Scheiße! Fuck! Scheiße! Scheiße! Das Helfer-Spiel wird, glaube ich, nur gewertet, wenn man auch gewinnt. Was mach' ich denn, was mach' ich denn, was mach' ich denn, was mach' ich denn? Vorlage! Ach, der vor mir. Scheiße! Aber egal! Ich glaube, ich scheitere auf jetzt, Fotospieler. Wenn ich's werde, werde ich's... Wenn nicht, dann ist es halt so. Das war dumm. Ich bin mir grad' nicht sicher. Ich bin mir grad' nicht sicher. Ich bin mir grad' nicht sicher. Okay. ja jetzt hat er gewonnen das hole ich nicht mehr auf aber schön ja 3-3 das war nur der Ausdeich das war nur der Ausdeich das war nur der Ausdeich ich muss das rein gehen das wusste ich er hat es noch versucht aber das hat nichts ahne mehr machbar ok irgendwie die Tor keine Ahnung er war dir getrauen aber er war zuletzt dran als ich ein Tor sein Tor geworden egal nein 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 ach man belastend auch nur belastend das 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 was Bis zum nächsten Mal, tschüss.